Hallo und willkommen zurück zu Warframe. Mit dabei habe ich heute den Salur. Hi. Und starten gleich, würde ich sagen. Genau. In Tolstoy. Tolstoy ist auch irgendwie so ein Russe gewesen, ne? Der hat mal was erfunden, oder? Oder ne Musiker war der, ne? Hat er nicht Opern gemacht? Nicht mein Fachgebiet. Oh, meins auch nicht. Du musst dazukommen, ne? Ja, dann sag mal, wenn du draufklickst, ne? Achso, ja, ich hatte schon lange. Ja, das, äh. Warum Mensch. Warum liege ich hier am Boden? Achso, ja, ich liege ich auch so ein bisschen, sah ein bisschen komisch aus. Sah auch aus. Haltet link CTL gedrückt, um zu rutschen, steht bei mir, ist ja cool, ist auch neu, ne? Oder? So weit bin ich noch nicht. Ne, ich hatte oben so ein, so ein Tipp stehen, gerade im Lade. Achso, okay. So gucken, wie das geht. Ich weiß, woher aus. Oder ist er? Da ist er der blau. Oh, ganz im Blau, jetzt. Ja, du bist doch hier in den Mädchenfarben da mit lila und grün da. Ja, sicher. Also, ich dachte, kann man mal kaputt schießen. Achso, das ist die Rutsche, ne? Hm. Bin ich jetzt hier wieder? War nicht X benutzen? Schon wieder so lange, ja? X? X benutzen, ja? Eigentlich ja, ne? Tut er aber irgendwie noch nicht. Der benutzt die Rutsche, nicht die Sau. Da muss man sich auch nur draufstellen in den X drücken. Ja, eigentlich, ja. Oh. Du machst wieder alles kaputt da unten. Hm. Fängt ja schon wieder gut an. Ja, du kannst auch einfach hier auch unterspringen. Ich glaube auch. Ähm. Ja, ich meine, das Wasser da unten, das könnte noch eine Weiche landen werden, ne? Ähm, aber ansonsten nicht. Ich glaube, das wirst du nicht überleben, wenn du darunter springst. Aber hier ist ja, aber du kannst da recht, ne? Stimmt, da ist ne Treppe. Ich meine, das ist zwar jetzt irgendwie merkwürdig, wieso ich da jetzt trotzdem nicht runterrutschen kann, aber, äh, ja. Da ist er. Ja. Wie war das schwer? Ach, da war eh. Ähm, da unten ist ne Röhre, wo man rein kann, oder hier die Treppe hoch. Ich weiß nicht, sonst gehen wir erst mal die Röhre, oder? Ja, gehen wir erst mal die Röhre, oder? Ich weiß nicht, ob man da... Kann auch sein, dass das schon zu Ende ist hier, oder? Das sieht schon... Na, ich glaube, da geht gar nicht. Das sieht schon tust du aus, da, ja. Ja, das sieht übel aus. Geht nicht. Geh mal hoch. Ich muss hier immer die Mausempfindlichkeit total runterdrehen, sonst fliegt das hier alles hin und her. Sehe da oben schon den ersten laufen. Mal testen. Vorsicht, Oli. Entschuldige. Ah ja. Mir ist schlimm. Hier ist das noch nicht so viel los, irgendwie, ne? Ähm, kannst du den Container aufmachen? Ja. Nein, zeigt er bei mir schon gar nicht an. Komisch. Das ist komisch. Auch schon wieder. Du willst mich umbringen, ne? Ich mach das nicht extra. Glaube ich dir irgendwie nicht. Ich dachte, da war einer hinter uns noch. War aber nicht. Boah, voll in den Kopf. Boah, ist da fast vom Geländer geflogen. Generell funktioniert die Tastensteuerung hier irgendwie gerade nicht so wie gewollt. Auch diese Spezialfähigkeit kann ich nicht einsetzen. Irgendwie. Das war eins, ne? Das hab ich noch gar nicht gedrückt. Ja. Ich mach den noch nicht so wirklich. Ähm. Ich hab Schützen, Muni. Sowas hab ich gar nicht, ey. Hörst du wohl auf da oben. Du mal sack. Ach, da ist ja noch einer. Ja, hat's schon erledigt. Doch, also, das geht. Mit der eins. Ich hab ja zwei Fähigkeiten. Ah, ich hab's gesehen. Ne, er hat mir gerade gesagt, Fähigkeit wurde nicht freigeschaltet. Versteht's doch nicht, warum ich die dann auswählen konnte im Inventar. Komisch. Oh, so, gut. Ja, die Tür auf. Weg mit dir hier. Warte, 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 warte. Wo denn wer die? Ah, da ist einer. Ne, der lag in der... Oh. Ja, sehr schön. Wir halten voll viel aus, ne? Oh. Das ist ja niedlich. Was denn? Ja, hier. Offener Brustkorb. Ja, entschuldige. Ein bisschen ernster, wa? Ja, ich mag ja Blut. Also, nur nicht mein eigenes. Ne. Ha. Was ist denn die zweite Fähigkeit? Was kann ich halt machen? Ich weiß ja nicht. Ähm, ich weiß nicht, was du eingestellt hast an Fähigkeiten, ne? Ich hab irgendwo mit Schild oder so, glaub ich. Aber schwer ist er nicht mehr. Wo willst du eigentlich hin? Ich weiß nicht, hab da mal geguckt, ob da noch was geht. Aber da geht nicht. Oh, da hinten kommt einer. Ich hab keinen Mana. Oh, ich hab keinen Mana hier mehr, oder wie man das auch immer nennen möchte. Mana ist gut. Ja. Ja, hier, für die Spezialdinger. Ja, ich weiß nicht. Die blauen Kügelchen. Die blauen, genau. Muss man hier was machen. Oh, wo? Da unten. Und das ist auf einer Seite einfach ein Kopf hier. Kurz mal nachladen. Na, eben. Oh, wo ist er? Ui, er ist auch schön geflogen. Sehr schön. Ach, ne, jetzt springt er da hoch. Ich wollte da so schön hochklettern. Haha. Ich wollte da auf die Kiste klettern und dann bin ich oben und dann springt er wieder runter. An diesem Computer. Oh, wie kommt mir das Level bekannt vor? Ja, das sieht... Das sieht irgendwie bekannt aus, das stimmt. Aber hier waren wir noch nicht. Nee, eigentlich nicht, aber... Trotzdem, ne, so ein bisschen. Was hab ich jetzt gemacht? Oh, cool. Na ja, so war das stimmt. Aber das Rutschen krieg ich nicht hin. Ah, boah, geil, hast du gesehen? Nee, ich bin gerade auf die Schnauze gefallen. Warte, zeig ich dir gleich, wenn wir den hier fertig haben. Ich steh wieder auf. Schneid den durch hier. So, jetzt guck mal auf meine Figur. Warte, guck mal. Hast du das gesehen? Wahnsinn. Wahnsinn. Komm, lass uns da oben gehen. Der wegschnittst du in ihr, der ist hier. Du musst... Du musst... Du musst schnell laufen und dann... Und dann steuern. Und dann macht der so ein... Komm hier, vor die Birne, dir auch. Zack, ins Gesicht. Jetzt stirbt doch endlich mal. Mein Gott noch. Aber da unten ist er. Ja. Ui, Nachladen vergessen. Oh, ich bin rot, ich bin rot, ich bin rot. Uiuiui, ich bin rot. Ah, der da oben ist weg. Okay, Schild. Schild leh wieder auf. Oh, ne blaue Kugel. Da hinten steht noch einer. Ja, bleibt doch stehen. Der haut dann ab. Was soll ich dir noch nachholen, jeden, ey. Hatte atem noch eine Arbeit aus. Ich kann nur nicht zielen, wenn ich so... Oh, da ist noch einer neben dir, ne? Mach's schon. Aua, wer schießt denn hier die ganze Zeit so penetrant auf mich? Oh, das ist super. Ich rutsche jetzt die ganze Zeit noch. Oh, hier ist ein Computer. Ist wieder hacken, ne? Hm. Wenn ich ihn denn benutzen könnte, ne? Was ich nicht kann. Irgendwie klappt das hier noch nicht. Aber da oben geht auch ein Tunnel wieder weiter, ne? Hast du denn die, ähm, die Tasten-Dings umgestellt? Eigentlich nicht. Achte, guck mal kurz. Okay, ich hab's. Ich geh mal kurz in die Tastensteuerung rein. Ja, ja. Eigentlich hab ich da nichts. Ich glaub mal hier stehen. Warte mal kurz, ähm. Wo war denn hier benutzen? Doch, irgendwie ist da was anders. Zurück. 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 So. So. Probieren wir es jetzt mal aus. Oh, wie stand da? Ja gut, jetzt haben wir nichts für X, ne? Ähm. Da oben kommt man auch eventuell rein, ne? Oh ja. Hm. Tatsächlich. Wir müssen auch gegangen, Mensch. Ähm, ich bin auf diesen kleinen Vorsprung da erstmal gehüpft. Und dann ein Stückchen zurück. Und dann nochmal gehüpft. Und dann nochmal gehüpft. Erstmal hüpfen und dann laufen. Das macht man noch nicht. Ah. Okay. Dann machen wir das eben. So rum. Als Stand. Hast du gesehen, wie toll ich hochgekommen bin? Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kriege jetzt gerade so eine Rolle. Ich kriege jetzt gerade so eine Anzeige, eliminiere das Ziel. Also vielleicht sind wir ja hier auf den richtigen Weg. hier waren wir doch schon mal. Ich glaub auch. Oder? Doch hier bin ich eben, hier wollte ich auf die Kisten klettern. Siehst du so? Oh, jetzt stehe ich drauf. Hm. Ja, gut. Soll ich mal wieder zurückgehen da oben? Kann man da überhaupt noch hoch? Äh, ja gut. Sonst gehen wir einfach durch die Türe dann da, ne? Mal weiter. Boah. Wo bist du da? Ich versuch da hochzuklettern. Warum willst du denn da wieder hoch? Wird an die Röhre rein? Nee. Aber wir doch schon waren. Ja, wir kommen doch da oben auch weiter. Ging da, war doch noch ein Weg. Ist doch egal. Ah, gut. Ich bin schon wieder hinter dir. Auch da hoch willst du. Ja, irgendwie wieder hoch. Oder? War irgendwie eine Abkürzung, die keine war, ne? Vielleicht hätte man dann einen anderen Weg gehen können. Hier hin. Um sich da so ein paar Monster zu sparen oder so. Hm, kann natürlich auch sein. Aber wir wollen ja nicht. Wir wollen ja alle töten. Töten, töten, töten. Eigentlich schon. Aber hier kommt mir das vielleicht bekannt vor. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht jetzt. Nee. Gibt's ja mehrere Tunnel hier, ey. Da könnte man auch noch rein. Ja, in der Tat. Hier sind einige Tunnel. Oh, ich geh mal da oben gerade gucken. Mhm. Hier ist der Start. Tatsächlich. Hier waren wir. Klasse. Ja, da hinten läuft ein Ventilator. Ich glaub, den kriegst du nicht kaputt, wa? Scheiße. Na. Der Kreis läuft so ein bisschen. Komisch. Das ist eine blaue Kugel. Wo bist du? Ach, ich bin hier hochgegangen. Okay. Er wartet, hat er gesagt. Ja, weil ich eigentlich diesem Ausrufezeichen da folgen wollte wieder. Ja. Der ging ja in die Röhre rein, ne? Meinst du, der bewegt sich ja durch das Level? Könnte natürlich sein, ne? Na, ich hab irgendwie das Gefühl, jetzt laufen wir in die Fallschule. Aber? Ja. Ja, dieses Ausrufezeichen war ja in diesem Tunnel. Das ist hinter uns, ne? Ja. Da hast du wieder in diese Röhre rein. Obwohl der ist jetzt hier... Oh. Ne, hier rum. Ach, da. Guck, wenn du jetzt gleich auf die Karte guckst. Wir gehen jetzt ein bisschen noch nach unten. Siehst du, dann ist das Ausrufezeichen gegangen. Ja, das stimmt. In dem Gang dran. Aber, ach, da ist jetzt offen, da war doch eben zu, ne? Könnte sein, ne? Äh, da kommt aber irgendeine Tür vor. Kurz mal nachladen hier. Ich wollte dir nicht in den Weg laufen. Entschuldigung. Ach, ist ja nicht schlimm. Du kriegst es ja dann ab. Oh, Himmel, ey. Ja, da steht auch noch einer. Kannst mal nachladen.